spielaufbau der konnte mit abgefangen sehr freistoß und wenn er pech hat fliegt er jetzt vom platz und jetzt kommt der fall und den macht er richtig gut perfekt getroffen und der torhüter kann da überhaupt nichts machen manchmal gehört auch ein bisschen glück dazu der ball erst an den posten und dann ins tor er erzielt fast zu genau aber so ist es ein unhaltbarer abschluss